dann können wir loslegen, oder Matthias? Jo, ein bisschen weitermachen, anfangen, Bauteile zusammenzubauen von der Basisfirmware, ein bisschen was umschieben, umstricken. Genau, du hast ja dein Suppenbasis Gewürz quasi fertig gemacht, hast du das letzte Mal gesagt. Ja, und jetzt geht es dabei, aus dem langsam eine Kaffeemaschine zusammenzusetzen. Dann, Matthias, die Bühne gehört dir. So, die Grundkonstruktion ist immer noch wie bei der Basisfirmware, ist inzwischen auch auf Git hochgeladen. Was wir jetzt machen, wir fangen an, ah, unsere schon mal angefangene Keytask. Auf welchem Git? Liegt bei mir. Also nicht auf dem EHA-O-Git. Frag für einen Freund. Genau, das heißt, wir haben mal den angefangenen Keytask von ganz, ganz vielen Streams vorher eingebaut. Den haben wir hier, mit den gesamten Tastenbelegungen. Die sind auch noch in der Ausbaustufe für die komplette Kaffeemaschine. Also mit allem drum und dran, mit Powermeter, mit noch nach alter Maschine. Genau, das kann man ja entsprechend anpassen und weiter benutzen. Oder weiter mit einbauen, also wo man schon dabei ist. Ist ja fertig, ist ja geschrieben, kann man benutzen. Und funktioniert das? Ich meine, fertig und geschrieben ist immer das eine, aber ob es auch funktioniert, weil kompiliert haben wir das nie. Ich möchte nur mal so einwerfen. Ja, der Punkt kommt noch. Ich habe jetzt die Teile hier zusammengebaut, das wird beim Kompilieren garantiert ein bisschen knautschen. So. Dann, wir haben unser Display weiter dabei. Wir haben unsere LEDs dabei. Die LEDs sind hier in der Klasse eingebaut worden. Der Grund dafür, ich kann diese LED-Klasse nachher in unser Kaffeemaschinenkonzept übergeben. Und, was man sieht, was neu ist, bei der Sense EHAIO, es gibt hier eine Sense EHAIO-Klasse. Diese Sense EHAIO-Klasse hätte ganz gerne einmal einen Pointer auf eine LED-Klasse, auf eine MQTT-Client-Klasse und auf unsere Web-Service-Klasse. Das heißt, da gebe ich die Bauteile mit runter. Und da hast du eine Idee, die Pointer entgegennehmen. Ach so, im Übrigen, Matthias. Hallo und herzlich willkommen allen, die hier bei YouTube die Zusammenfassung anschauen. Wir sind schon mitten im Getümmel und Matthias programmiert schon fleißig vor sich hin. Natürlich habt ihr noch nichts verpasst. Wir haben quasi nur ganz wenig gemacht. Aber willkommen und danke, dass ihr die Zusammenfassung schaut. Und wichtig, wenn ihr mal uns live sehen wollt. Wenn ihr live mit dabei sein wollt, jeden Mittwoch auf Twitch. Außer Dienstag. Was? Wichtige Dinge? Ja, Twitch. Mittwochs. Es sei denn, wir stehen dienstags. Genau. So, genau. Damit bauen wir unsere Klasse zusammen. Es gibt hier eine Innet-Funktion, die einmal uns die gesamten Pins initialisiert, unseren Key-Task mitstartet für die Erfassung, für Taste gedrückt, losgelassen, lange gedrückt, lange losgelassen. Und in dem Loop hier werden wir so unser Housekeeping nachher durchführen. Wir müssen mal schauen, ob wir damit weiter vorankommen an der Stelle. Denn unsere Kaffeemaschine muss ja die Temperaturen messen, muss die gesamten Eingaben regeln, braucht noch einen kleinen Automaten, wie bei der alten auch schon, die sich um die Benutzeingaben kümmert. Und wir haben jetzt hier nicht nur ein paar LEDs, die wir mit Daten befüttern wollen, wie es uns gerade geht, sondern wir haben auch einen MQTT-Client und einen Web-Socket-Server und Web-Server, mit dem wir auch ganz gerne Daten austauschen möchten. Zumindest die Statusinformation der Maschine. Im ersten Schritt. Dann sowas wie lauf schon mal los, halt schon mal das Wasser vor, ist denn so der zweite, dass man sie morgens wecken kann oder dass sie morgens von der Hausautomatisierung geweckt werden kann. Könnte, wenn es funktioniert, dann, also meine kann das schon. Ja, ich arbeite dran. Na ja, dann muss man mal gucken, wie man den Regler für das Konstrukt aufbaut. Aber das ist so jetzt das, was so kommen muss und sollte. So. Dann, wir haben hier unseren Start-Key-Task. Der einmal dafür sorgt, dass wir hier genau unsere gesamten Tasten abfragen in einem eigenen Task, der nebenbei mitläuft. Und, ja. Ja, mal das, was wir quasi gemacht haben, ja. Und wo ist jetzt diese Pins definiert? Oben ja nicht wo. Ach so, die Pins. Ja, die kommen hier aus dem, aus unserer Pin-Klasse und da ist dann eben halt fest hinterlegt, welcher Pin, was wie, wo ist und was macht. Es ist noch nicht aufgeräumt. Es ist einfach nur reingeschoben und, ja. Und der Key-Task kriegt quasi alle Keys über alle Pins übergeben und nimmt sich dann halt quasi die raus, die er braucht. Genau. Und über den, über das Konstrukt der Pins selber können wir noch auf Tasten zugreifen. Wie gesagt, hier ist es eigentlich eher so, was er halt braucht, was er überwachen soll. Und bei der Maschine ist das Switch 1, 2, 3 und der Display-Button, wobei der nicht mehr existent ist. Dementsprechend und was wir eben halt auch noch machen müssen, ist uns auf die Key-Events setzen. Und ab und an das Update, nee, Update nicht, das nicht eben mit Event, sondern Register for Key-Event. Haben wir mal gesagt, wir machen es über Events. Die, die im Stream da waren, die wissen es. Die haben da nämlich mitentschieden, wie wir es machen. Genau. So. Und die kleine Besonderheit jetzt hier in diesem Konstrukt, wenn man jetzt das zwar das innert, aber wir werden unsere Kaffeemaschine wahrscheinlich in einem anderen, also die Kernlogik der Kaffeemaschine in einem eigenen Task laufen lassen, damit wir die ganzen Events und ähnliches mitkriegen, zumindest die State-Machine. Genau. So, was wir jetzt anstellen, das wird ein bisschen spannend. Wir bauen mal für die Maschinen einen zweiten Task zusammen. Wir bauen uns das mal ganz kurz aus. Kann ich das aus einem eigenen Task machen? Ja, kann ich. Dann machen wir daraus kein Endet, sondern ein Task. Den können wir dann auch als Private ersticken und auch den Loop nehmen wir raus. Du wirst auch Private. Das heißt, das müssen wir von außen nicht mehr sehen. Das Einzige, was wir jetzt noch einfügen könnten, ist ein Start. Den Loop können wir rausnehmen, das machen wir mit dem Task, weil da können wir einfach mal so vor uns hin warten. Wir müssen an einigen Stellen ein bisschen aufpassen mit Zugriffen von A nach B. Wir müssen uns noch ganz kurz ein, zwei Header ausleihen. Das brauchen wir. Da. Was haben wir da mit rein? Ich habe noch die Taskparameter zusammengebaut. Da. dann leiden wir uns ein stückchen code von hier aus das ist die beint der task hat ein parameter der kriegt einen pointer also das schöne also konnte arithmetik für für fortgelaufene ich kann pointer je nachdem was ich übergeben möchte mit einem entsprechenden typ angeben das heißt in 32 ein passendes struct ein float ein array oder ich kann einen void point übergeben ein void pointer ist einfach nur ein verweis auf irgendeine speicheradresse das erlaubt mir später was auch immer es ist wieder mit einem cast in das zurückzubauen was es mal gewesen sein könnte das heißt wenn du glück hast dann ist sogar das richtig und du schreibst nicht irgendwas kaputt was eigentlich genau das ist also volt point die die volt pointer sind in c und c plus plus eine sehr sehr schöne option sich zur laufzeit komplett in die füße zu schießen also im sinne von segmentation fault heap oder stack corruptions von allem etwas man kann ja quasi alles kaputt schreiben was irgendwie geht wie geht genau weil ich kriege jetzt meine speicheradresse ich habe aber eigentlich keine ahnung wie lang das ganze ist was das mal für ein typ gewesen ist fehlt also und wenn es halt nur ein bit war und netten 64 karri wovon du hast gestern überschreibst halt ist seine bit plus alles dahinter ja oder du liest halt aus irgendwelchen speicheradressen schrott raus wo irgendwas anderes hätte drin stehen soll ja lesen ist ja nicht so schlimm da kommen ja falsche daten überschreiben ist immer das böse oder ja es sei denn in deinem volt point da wird eine struktur mit weiteren funktions point dann drin übergeben oder es ist ein pointe auf pointe ja das ist echt übel nein also schön ist es nicht also das ist halt so mal gucken ob er das er wird auf jeden fall ein bisschen meckern so was hättest du ganz gerne da so ich überlege hat die konvertierung von dem was wir gerne haben wollen was wir da reinschmeißen müssen meint er ist nicht ganz so wie man es gerne hätte er hätte hier gerne etwas vom typ task function t was ein void void pointer ist so und da ist er schon sehr sehr super super unglücklich das hätte jetzt so und da hätte er ganz gerne was anderes so und da müssen wir ihn da noch in konvertierung mitgeben müssen so und da ist er so und da ist er ok das wird noch spannend werden das vernünftig bei biegen können so mal schauen vielleicht gibt es da irgendwie der schlimmsten fall müssen uns das in c drumherum bauen so das problem haben andere auch ich habe so die befürchtung dass wir ein bisschen bisschen wuseln müssen um hier außen einigermaßen also für c gebrauchbar ein pointer zu kriegen also ich habe etwas was mir einen pointer liefert was mein verweis auf eine funktion liefert was für c++ echt super wäre was aber meine standard c funktion nicht fressen möchte das heißt also ich muss das ding jetzt ich muss jetzt dieses stückchen speicher so umbiegen dass der compile am ende des tages glücklich ist und es ausführen kann ja ich habe also befürchtet das kriegen wir ihm so leider nicht beigebogen da muss der ein bisschen anstrengen musst du selber nur richtig programmieren alles und dann funktioniert es ja es gibt also einige einige verrenkungen in der kombination c und c++ die nur so bedingt gut funktionieren ich befürchte dass hier wird eine davon werden welche einblendung welche einblendung so was uns jetzt noch ein kleines problem führt das heißt also wir brauchen einen standard point auf eine c funktion und haben aber plus plus hier zur hand wenn wir das denn so machen möchten oder wir müssen unsere möchte ich die umprogrammieren es ist ein wenig unglücklich nett formuliert wir haben ja eigentlich hier unsere startfunktion und wir möchten eigentlich hier unseren task ausführen und das ist eigentlich alles super noch eigentlich alles vorhanden nur das geht nicht wie gesagt das ist jetzt so dieser unschöne part beim programmieren wo du eigentlich erstmal vor dich hin grübelst und versuchst grundsätzlich herauszufinden welche richtung du es lösen möchtest genau kann man da jetzt was anderes programmieren dabei ne matthias hat soundboard tatsächlich nicht kommen ne soundboard ist hier definitiv komplett also was auch immer hannes gerade abspielt ich höre es nicht leider hätte ich jetzt auch gesagt und internet und störungen und gibt es zwei möglichkeiten die wir jetzt haben entweder machen wir aus der sensee also die rubrik wir bauen ein bisschen furcht wäre wir nehmen die sensee klasse weg und machen einfach die funktion raus das wird schnellste dann machen wir es ordentlich was ist ordentlich anders genau dann gibt es auch kein und sind das mit dem public und entscheidet auch ein bisschen anders das wäre jetzt die unschöne lösung weil ich auch dafür gummeln warum heißt es nur sensee haio.cpp wenn es kein c++ mehr ist er sollte es bauen kommt ein bisschen drauf an das letzte mal auch gesagt und dann war ja ich glaube dass arduino framework hätte gerne cpp files mit dem ganzen rumhaumen plattform maio dann bitteschön einmal cpp files so so aber das dann rufen wir start auf also war damit durch und das ganze händel zeug und zweites funktioniert in c dann auch ja also das hier das konstrukt hier ist wirklich komplett plane c das kommt aus dem trip system unten drunter ok cool also das gesamte free address unten drunter ist einfach nur c und spielt halt unbedingt gut mit dem plus plus zusammen das sind so die kleinen nebenwirkungen des ganzen und hier möchten wir wenn das ganze gestartet hat wenn der taste losgelassen wurde und dann hätten wir ganz gerne die power taste und als event mask 1 dazu das heißt also wir sagen ja wenn die power taste losgelassen wurde möchten wir dass unser task gerne mit dem event mit 1 gesetzt nachricht wird und kapp und 2 tasten dabei kein display button haben ignorieren wir das mal komplett das fliegt nachher sowieso gleich raus so auch in dem task haben wir auch wieder unser aufbose und wunsch weil true das heißt dass das systemtask ist können endlos schleife reinwerfen der scheduler kümmert sich um alles dann in das free address einschauen oder ins handbuch davon so was jetzt hier ist mein fliegen oder einfügen können für die verarbeitung so ein bisschen durch die funktion so block time wie lange möchten wir warten wir möchten gar nicht warten wir haben uns erstmal die ganzen tasten events raus halten hier auch erstmal nicht an da müssen wir schauen ob das noch irgendwie schöner hinkriegen für den automaten das heißt also wenn eine dieser tasten losgelassen wird kriegen wir hier den entsprechenden verbusteten value zurück also 1 3 oder 7 in summe für alle tasten gleichzeitig gedrückt oder eben halt 1 2 oder 4 je nachdem was gerade passiert und wollen wir es einsammeln so hier sind wir bei dem punkt fsm zusammenbauen das muss gemacht werden da könntest du ja quasi my fsm die wir uns überlegt haben übernehmen so in der art die erstmal die initialisierung den initialisierungsschritt wenn wir es in sbs programmieren würden so in der art die initialisierungsschritt so das erste ist heizung aus pumpe aus temperatur einlesen und sämtliche leds ausschalten code ist dokumentation genug gummi genau ist immer hier und da sind so ein paar hinweise was man vor gehabt hat sind schon ganz praktisch vor allem so hinweise wie to be finished genau oder to be done oder solche konstrukte an der stelle wie gesagt das reine runterkoden ist wirklich eigentlich der komplett langweiligste part in der ganzen geschichte so und dass wir jetzt erstmal zu erledigen leds ist noch ein schönes thema ich wir hatten ja mal angedeutet dass wir uns mal die ws 28 12 angucken kommunikationstechnisch das würde ich sagen planen wir für den nächsten stream mal ein das heißt ich mache hier bei mir dass das oszilloskop fertig der hannes kann ja bei sich mal das neu oszilloskop dann na so weit bin ich glaube ich nicht meinst du nicht mal deine leds leuchten ja schon so genau wie sagt 20 12 leds wir haben ja eine led klasse lieber in die kaffeemaschine reinpacken und dieser led klasse fehlen aber so grundlegende dinge das heißt das ding startet zwar setzt geschwindigkeit setzt für den effekten geschwindigkeit setzt die ganzen parametre für diese bibliothek im hintergrund so die ws 28 12 fx bibliothek macht eben nicht nur rot grün blau sondern damit kannst auch effekte machen regenbogen also dass das was am ende des tages im esp home auch für die farbeffekte sorgt an der stelle und da müsste man jetzt mal schauen was man ganz gerne hätte na du könntest ja meine effekte und zu übernehmen weil die waren ja glaube ich nicht ganz so verkehrt so grundsätzlich so was nach stelle ich mir davor also einfach nur led und effekt ohne viel drumherum so und für den effekt muss man sich auch noch etwas überlegen was man gerne hätte irgendwie so man man wird da schon irgendwas unsinniges einfallen und für alle die uns öfter beim streamen sehen wollen wenn es live mit dabei sein wollt jeden mittwoch auf twitch außer den stadt so schaut's aus so wir müssen ein paar effekte definiert das hat die alte auch schon gehabt ja ja color change wäre regenbogen effekt oder ja da muss ich gucken wie man das funktionstechnisch hinterlegt eigentlich willst du ja zwei ja entweder regenbogen effekt also beim esp home macht da komplette alle drei random also einfach kompletten random generator drüber was soll ja auch das so ist überhaupt nicht eher so so von 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 rot nach blau oder irgendwie so so farbübergänge so noch mal ein set color damit wir ein bisschen farbe da einstellen können so das würdest du dann am ende des tages aber auch mit der für die led zu da müsste man müsste ich mich da mal so ein bisschen durch die bibliothek schaub was ist denn da noch so an schönen funktionen gibt die man da mal sich anschauen könnte kannst du einfach auf set color recht set mode rechtsklick oder so und dann sagen goto the finish weil das wäre ja quasi der effekt oder ja du willst eigentlich dass sie haben ja mein ja genau da gibt es ja fett und da gibt sich ein rainbow genau so zeug ja und da sind einige effekte drinnen die eigentlich den gesamten string gerne haben möchten merry christmas was gibt es denn da alles gibt es vor backyard compatibility also custom okay es gibt flipbook v u meter rainbow larsen rainbow fireworks geil also kann man noch viel viel mit anstellen halloween möchte wissen was das alles für weg das sind ich glaube ich es ist schon wie gesagt müsste ich mir mal anschauen wie es genau mit der der bibliothek funktioniert ich würde aber sagen die 28 12 war das machen wir nächste woche dann gehen wir hier durch die bibliothek füllen das ganze mit ein bisschen leben und schauen ob da überhaupt irgendwas passiert und wie das ganze auch sieht und gucken muss das mal auf dem osteoskop an ja bin ja dafür also wie gesagt ich habe auf jedenfalls große ostsee ist mso 5 dranhängen von dem her da kann ich auf jeden fall was am stream dann auch zeigen du auch gut das bedeutet du magst schon wieder aufhören mit dem stream weil es halb zehn ist ja ich mag schon wieder aufhören es gibt menschen die müssen morgen früh auch wieder ja ich muss auch morgen früh aufstehen hallo lassen wir es gut sein für heute alle die auf youtube die zusammenpassung schaut haben haut es ein paar kommentare aus vielen dank dass ihr es immer brav anschaut ihr seid echt fleißig sind echt immer ein paar hundert leute das anschauen ich bin immer total erstaunt dass die leute so was machen wir sehen uns nächste woche mittwoch wieder macht es gut und bis dann hmm